Feierabend ist, die Nachbarschaft kommt zusammen, die Gemeinde kommt zusammen, Grillfeuer, es geht damit los, dass wir aufbauen. Da sind wir schon sehr routiniert mittlerweile, ich glaube so eine halbe Stunde reicht. Dann kommen die ersten Menschen. Zusammensitzen, Feuerschale, Essen, Trinken, schön, gemütlich. Wir haben das hier seit April letzten Jahres gestartet und sind seither fleißig dabei. Mein Highlight ist, dass tatsächlich zwei bis drei Menschen von der Straße in Gottesdienst geschafft haben, die jetzt regelmäßig kommen. Was? 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 Das war's. Was? Also der Feierabend ist das Schönste, was wir jetzt hier erleben können, immer seit längerer Zeit und ich bin öfter hier. Das ist sehr gemütlich, man kann neue Freunde kennenlernen bei Bratwurst und Getränken und auch Bands spielen. Ich wünsche mir für den Feierabend, dass man sich vielleicht noch näher kennenlernt, noch dichter zusammenrückt. Ich wünsche mir für den Feierabend. Ich wünsche mir für den Feierabend.